Hallo mein lieber Stier, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass Du zu mir gefunden hast. Hier kommt Dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung Souvenäre Informationen zu meinen Legungen findest Du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Stiere. Nimm daher auch nur das mit, mit dem Du wirklich in Resonanz gehst und schau Dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu Deinem Aszendenten oder Deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über Dich haben und auch nichts erzwingen können, nur Du trägst die volle Verantwortung für Dein Leben und Deine Entscheidungen. Und wenn Du mit Deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn Du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere auch gerne die Glocke, wenn Du über neue Legungen informiert werden möchtest. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für Dich hat. Ja, mein lieber Stier, so ähnlich wie in der Steinburg-Legung auch sehr viel Schicksal. Ich meine, ich sehe ja schon auch noch ein paar andere Themen, aber es kann sehr gut eine kollektive Energie sein, die sich hier zeigt. Ja, da haben wir einige Parallelen. Bei Dir sehe ich, dass hier etwas sehr Günstiges demnächst ansteht. Ja, also das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen. Das könnte ja auch mit den Finanzen zu tun haben, denn diese Karte hat eben auch mit finanziellen Angelegenheiten zu tun, im sehr, sehr positiven Sinne. Okay, da bekommen wir eine, eine Engelszahl. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass Du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen und die 444 in diesem Fall steht dafür, dass Dein Weg aktuell ganz besonders beschützt und behütet ist. Ja, Du wirst hier geführt. Also Dir werden hier auch Zeichen gesendet. Vielleicht nimmst Du auch tatsächlich die 444 des Öfteren im Alltag wahr. Es kann noch sein, dass es eine andere Synchronicität ist, ja, vielleicht eine andere Doppelt- oder Dreifachzahl, vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten oder eben auch Situationen, in die man kommt. Und das, was jetzt hier ganz besonders entscheidend ist, mein lieber Stier, ist, dass Dir hier noch etwas auffallen soll, das überflüssig geworden ist, ja, oder das hier nicht hingehört. Vielleicht fühlst Du Dich auch in einer bestimmten Situation überflüssig, ja, oder möchtest hier etwas verlassen, wie beispielsweise einen Jobwechsel, ja, könnte das natürlich auch sein, ja, das würde sich hier, ja, sehr, das passt hier sehr gut hinein. Vor allem auch diese Möglichkeit, die sich hier zeigt, die ich eben auch in Verbindung mit den Finanzen für einige sehe. Etwas, etwas Unerwartetes, ja. Ich meine, schaust Dir mal näher an, was das hier in Deinem Fall ist, bevor Du entscheidest. Ja, das muss man ja auch nicht Hals über Kopf entscheiden. Die Karten sagen mir hier jedenfalls, dass sich das sehr günstig entwickeln soll, was auch immer das ist. Schauen wir mal weiter. Das Universum sagt hier, ja, es ist gerade aktuell besonders wichtig, dass man Entscheidungen nicht nur auf der Kopfebene trifft, mein lieber Stier, ja, das ist auch ein Thema, das vornehmlich das Erdkollektiv betrifft, ja, das sage ich jetzt auch als Steinbock für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ja, da sehe ich, dass es jetzt besonders wichtig ist, in Deine Entscheidungen auch Gefühle mit einfließen zu lassen, ja, also dass es auch wichtig ist, wie sich etwas anfühlt, ja, und es kann hier eben auch sein, dass man hier nur, ja, mit dem Kopf eine Entscheidung fällt, aber vom Gefühl her spürt, da fehlt irgendetwas oder ich bin nicht 100% zufrieden. Und da sagt das Universum, es ist wichtig, dass sich hier eine Einheit bildet. Das kann man auch so beschreiben, dass es hier darum geht, auf die Herzebene zu gehen, ja, die zwischen der Kopf- und der Bauchebene steht, ja, wo man eben auf der Kopfebene sehr logische Entscheidungen trifft und auf der Bauchebene, ganz kurz gesagt, einfach aus dem Bauch heraus sehr impulsive Entscheidungen und das hier eben zusammenführt, ja, also das ist hier sehr wichtig und das Universum sagt auch, es ist schon auch wichtig, sich Zeit zu nehmen für bestimmte Entscheidungen. Ja, und wie immer mein Hinweis, wenn sich das Thema Entscheidungen in einer Legung zeigt, du triffst deine Entscheidungen final natürlich immer selbst, das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab. Schauen wir mal weiter, wir gehen jetzt noch in die Außenschau, wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehe ich auch das Ausgangsbild, das sich hier oben gezeigt hat, ja, und ich kann dir jetzt auch erklären, warum sich hier etwas sehr günstiges ereignen soll oder es hat sich vielleicht auch schon ereignet, denn du hast aktuell eine ganz besondere Ausstrahlung, ja, und deine Intuition, die spielt auch eine entscheidende Rolle und die sehe ich eben auch hier auf der zentralen Ebene ein bisschen unterdrückt, aufgrund der Kopfebene, ja, weil man hier zu logisch vorgeht, ja, das ist entscheidend, das heißt natürlich nicht, mein lieber Stier, dass du jegliche Logik abschalten sollst, sondern es geht wie immer um die goldene Mitte. Und das Universum sagt auch aktuell, hast du hier eine enorm positive Ausstrahlung, wo du auch sehr viel Gutes anziehen kannst, ja, also nütze diese wirklich besondere Phase, denn das Universum führt dich hier zu besonderen Gelegenheiten. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Was ist blockiert? Was blockiert dein Vorankommen bzw. was ist herausfordernd? Das sehe ich jetzt gleich auf deiner Ebene, dass du dich hier irgendwo nicht so wirklich ernst genommen fühlst? Kann natürlich auch sein, ja, dass du hier vielleicht, dass es hier vielleicht auch um Selbstzweifel geht, also das kann hier ein zwischenmenschliches Thema sein, das kann einen aber auch selbst betreffen, ja, und das hängt hier mit dieser günstigen Angelegenheit zusammen. Vielleicht hast du hier das Gefühl, ich bin der Sache nicht gewachsen oder, ja, wo sich so Gedanken zeigen wie, das schaffe ich doch nie und da ist es wichtig anzusetzen, mein lieber Stier, ja, dass du dem hier nicht allzu viel Raum gibst. Die Frage ist auch, was ist dir vorgefallen? Hat sich hier jemand negativ geäußert, ja? Warum entstehen diese Gedanken hier, ja, oder warum zeigt sich das hier? Warum fühlst du dich hier nicht ernst genommen oder warum fällt es dir hier vielleicht auch schwer, dich selbst ernst zu nehmen? Also das ist hier, das hat hier definitiv eine Schlüsselfunktion. Schauen wir mal weiter, das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen, ja, das kann hier tatsächlich auch mit der Liebe zu tun haben. Es geht um eine Art Herzensangelegenheit, das kann aber auch eine Tätigkeit sein, die für dich persönlich sehr wichtig ist. Und da kommt jetzt etwas auf dich zu, mein lieber Stier und das möchte ich mir jetzt auch noch näher ansehen. Okay, hier liegt eine Entscheidung, ja, eine Entscheidung bezüglich einer Herzensangelegenheit. Das kann hier mit einer Person zusammenhängen oder es geht hier um deine Bestimmung beziehungsweise deine Berufung, ein Lebenstraum, etwas, das für dich persönlich sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Und ja, das sehe ich eben auch hier in der Ausgangssituation. Es steht hier offenbar eine Entscheidung an und wichtig ist eben, wie wir hier schon gesehen haben, dass hier nicht nur die Kopfebene in den Vordergrund treten sollte für diese Entscheidung. Also hier zeigen sich definitiv auch Gefühle. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Und hier sehe ich eine Unklarheit. Also die zeigt sich hier gleich zweimal. Zum einen sagt das Universum, du wünschst dir hier Klarheit in einer zwischenmenschlichen Situation beziehungsweise haben wir den Hinweis, ja, dass du dich hier, ja, dass du hier in einer bestimmten zwischenmenschlichen Verbindung nicht zurecht weißt, woran du bist. Das dürfte hier auch etwas, ja, das dürfte hier auch ein konkretes Thema betreffen. Vielleicht geht es ja auch um Kopfkino. Das könnte ich mir auch vorstellen, um hier noch ein Beispiel zu nennen. Ja, und das ist natürlich klar, wenn wir hier, ja, wenn sich hier etwas im Umfeld zeigt, dass das natürlich auf alle Lebensbereiche ausstrahlt, vor allem, wenn dir diese Person hier sehr am Herzen liegt. Schauen wir jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Also das gefällt mir hier auch schon sehr gut. Also das ist auch eine Verbindung zur Steinbocklegung, wenn lieber Stier. Hier geht es um eine Unterstützung, die das Universum vorschlägt. Also zum einen sehe ich hier auch schon eine gewisse Energie, die dich aktuell umgibt, ja, also etwas, das nicht wirklich greifbar ist, sondern das man eher spürt. Ich sehe das aber schon konkret auch als eine reale Person. Ja, und da geht es eben auch um diese Blockade hier, die sich hier zeigt, wo ich hier einfach auch sehr starke Selbstzweifel wahrnehme oder wo du dich nicht ernst genommen fühlst oder dich dadurch vielleicht auch oder dadurch vielleicht auch aktuell Schwierigkeiten hast, dich selbst ernst zu nehmen, ja, beziehungsweise wo es hier eben um diese sehr, sehr schöne Entwicklung geht. Und das Universum sagt, dir kann hier jemand helfen. Du kannst dich hier mit einer bestimmten Person austauschen. Vielleicht jemand aus dem eigenen Umfeld, ja, der hier Einblick hat in deine Situation. Das kann natürlich auch ein Expertenrat sein, wenn es hier wirklich um etwas Berufliches geht, ja, vielleicht möchtest du hier auch ein Unternehmen gründen oder dich selbstständig machen. Und das ist natürlich auch immer mit einem, mit einer großen Portion Mut verbunden, weil man sich natürlich dann natürlich auch in unbekannte Gewässer fortbewegt, ja. Also das ist natürlich verständlich. Und sich hier mit jemandem auszutauschen, ist hier sehr hilfreich, beziehungsweise könnte ich mir auch vorstellen, dass es hier darum geht, dass dir hier jemand etwas abnimmt, ja. Also das kann es natürlich auch sein, oder dass man sich etwas aufteilt. Schauen wir mal weiter. Das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen. Also da geht es um diese Entscheidung, die hier ansteht. Okay. Also zum einen sagt das Universum, es ist jetzt mal wichtig, dass du hier auf deine Bedürfnisse acht gibst, ja. Da geht es aber also nicht von der Karte irritieren lassen. Also es geht hier auch um ein gutes Mittelmaß. Und da sieht man auch, dass du dich jetzt längere Zeit hinten angestellt hast. Das ist schon mal wichtig zu erkennen. Und das Universum sagt ja auch, du bist am Anfang eines Weges. Bestimmte Dinge werden sich fügen, ja. Das ist offenbar auch der Grund, warum du vor dieser Entscheidung zurückschreckst. Oder warum du hier vielleicht auch ein bisschen gehemmt bist, diese Entscheidung zu treffen bezüglich dieser Herzensangelegenheit. Und das Universum zeigt dir hier auch einen gewissen Plan, ja. Und ich sehe hier schon sehr stark eben auch deinen Lebenssinn vertreten. Und das Universum möchte dich hier auch beruhigen und hier auch sagen, bestimmte Dinge, die kommen erst auf dich zu. Die können sich erst zeigen, wenn dieser Weg beschritten wird. Und viele Dinge werden sich fügen. Das kann ich ja auch erkennen. Und es geht hier auch um ein gewisses Wachstum, das hier ansteht. Aber das kann erst ins Rollen kommen, wenn man hier eben auch beginnt. Wenn man sich hier auch bewusst wird, eine bestimmte Entscheidung ist, hier zu fällen. Und bestimmte Bedürfnisse, die sich hier auch zeigen, die möchten in den Vordergrund gerückt werden. Ja. Also hier muss etwas umstrukturiert werden. Vielleicht auch aktualisiert werden in deinem Alltag. Gehen wir jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Und das ist jetzt auch sehr interessant. Da sehe ich jetzt eben auch diese Blockade wieder. Und das Universum sagt, es geht darum, ein Schweigen zu brechen. Ja. Irgendetwas wurde hier nicht ausgesprochen. Zum einen geht es hier eben auch um diese Angelegenheit, wo du dich nicht wirklich ernst genommen fühlst oder nicht respektiert fühlst. Vielleicht hast du ja auch das Gefühl, dass man dir deinen Platz nicht zugestehen möchte in einer bestimmten Konstellation. Ja. Also das sehe ich hier. Und Kommunikation ist hier zum einen der Schlüssel. Und ich sehe hier aber noch etwas, mein lieber Stier. Es gibt hier offenbar einen Grund zur Freude. Ja. Also es gibt hier irgendetwas, das gefeiert werden soll oder kann. Ja. Und das ist hier auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja. Und das steht hier aber für sich. Also das sehe ich ja ganz eindeutig, dass das hier für sich steht. Das mit dem Schweigen brechen. Ja. Also das sehe ich hier auch in Verbindung mit dieser unklaren Situation. Also miteinander zu sprechen, das ist hier ganz besonders wichtig. Und das sehe ich hier schon auf beiden Ebenen. Ja. Also das dass das hier ein wichtiges Thema ist. Vielleicht hat diese Person auch einfach etwas gesagt. Ja. Vor allem hier irgendetwas Verletzendes gesagt. Und hat das irgendwie vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass das verletzend ist. Also das kann natürlich auch vorkommen. Ja. Dass hier jemand einfach redet, ohne vorher nachzudenken. Ja. Das hat sich auch in der Steinbock-Legung gezeigt. Also wirklich spannend, diese Parallelen sprechen. Darüber zu sprechen ist hier der Schlüssel, sagt das Universum. Und das soll dich hier auch zu einer Klarheit führen. Ja. Also irgendetwas, irgendetwas schwingt hier schon mit, was diese Verbindung hier betrifft, wo du hier im Unklaren bist. Vielleicht hast du hier auch die Sorge, was ist, wenn hier irgendetwas, ja, wenn sich hier irgendetwas Negatives zeigt. Ja. Also das Universum sagt hier schon, dass, ja, ein Gespräch hier, dich hier in eine Klarheit bringt, ja. Und das Ganze dann natürlich auch, ja, nicht mehr so bedrückend wirkt. Oder vielleicht auch für manche ein bisschen unheimlich wirken könnte, so wie ich mir das hier ansehe. Das weißt du natürlich besser, wie es sich hier für dich anfühlt. Darüber zu sprechen ist in jeder Hinsicht, also laut dieser Legung, eine Lösung, ja. Oder die beste Lösung, weil du hier dann auch natürlich Klarheit bekommen kannst. Und natürlich kann es sein, dass einem hier etwas nicht wirklich gefällt. Aber du weißt es dann. Und diese Ungewissheit ist weg. Und diese Ungewissheit, die ist besonders belastend, ja. Also ich meine, ich sehe jetzt hier nicht, dass das hier nicht geklärt werden könnte. Das liegt hier definitiv nicht. Aber ich betrachte es immer gern aus mehreren Perspektiven. Und wir haben hier eben auch diesen Hinweis, es gibt hier etwas zu feiern. Vielleicht geht es ja auch darum, mein lieber Stier, dass man hier bei einer Veranstaltung sich trifft, ja. Vielleicht auch eine Familienfeier könnte das auch sein. Und hier bestimmte Themen geklärt werden könnten, ja. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Es kann aber auch durchaus sein, also das so sehe ich, dass es hier irgendeinen Grund zur Freude gibt mit einer, mit mindestens einer weiteren Person. Und das Universum hier auch sagt, das hat hier auch eine bestimmte Wirkung. Und es ist wichtig, ja, diese Freude auch anzunehmen. Denn das kann sich hier auf andere Bereiche unterschwellig auswirken. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, wir gehen jetzt hier zuerst auf die Ebene des Umfeldes, denn hier haben wir eine Kurskorrektur liegen. Das ist nichts Dramatisches. Tendenzen sind einfach gewisse Trends, die sich abzeichnen. Ja, es sind sehr hohe Wahrscheinlichkeiten. Du hast dein Leben natürlich immer selbst in der Hand. Und hin und wieder zeigt uns das Universum hier auch bestimmte Situationen, in denen wir einfach Acht geben sollen. Ja, und das Universum sagt hier, in diesem Fall ist Redengold. Ja, das haben wir immer wieder. Manchmal ist Schweigengold, manchmal ist Redengold. Ja, in diesem Falle hier ist Redengold. Und offenbar ist das hier vielleicht auch eine Veranstaltung, um die es geht, wo du vielleicht auch darüber nachdenkst, soll ich da hingehen oder nicht. Also das Universum sagt hier schon, es wäre besser, dort hinzugehen, mein lieber Stier, denn hier soll sich etwas für dich ergeben. Beziehungsweise kann es eben auch hier damit zusammenhängen, sich auszusprechen. Denn es geht hier um eine bestimmte Möglichkeit mit einer anderen Person, ja, die, ja, die du dadurch dann eben nicht wahrnehmen kannst. Ja, und das kann man natürlich dann im Nachhinein bereuen. Und darauf möchte dich das Universum hier einfach vorbereiten. Das heißt jetzt aber nicht, wenn man diese Möglichkeit nicht wahrnimmt, ja, dass dann hier nichts mehr geschieht oder nichts mehr nachkommt. Ich sehe hier einfach eine, eine wichtige Sache, die hier für dich ansteht, ja, in Verbindung mit einer weiteren Person. Und ich sehe hier noch etwas auf dieser Person, auf dieser Position. Das ist hier allerdings, das ist hier aber keine Kurskorrektur, denn hier geht es eben auch darum, dass hier ein Ballast losgelassen wird, ja. Und das sind hier eindeutig diese Themen, die hier besprochen werden sollen. Also ich sehe hier auch eine Erleichterung. Schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt hier auf deine Ebene. Und das Universum sagt, ja, Unterstützung kann dich hier wirklich weiterbringen. Vielleicht auch eine Art Entlastung oder dass man sich hier abspricht, ja, bei bestimmten Tätigkeiten. Denn hier liegt eine, eine sehr, sehr schöne Phase, die auf dich zukommen soll, die auch länger anhalten soll, ja. Irgendetwas soll sich hier sehr günstig entwickeln. Und das hat hier mit dieser glücklichen Fügung des Schicksals zu tun. Also eben tendenziell vielleicht auch die Berufung, die Bestimmung oder vielleicht etwas Berufliches, das hier in die Wege geleitet werden soll, vielleicht auch veröffentlicht werden soll. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich vielleicht auch dieser Angst stellt, ja. Vielleicht hast du hier auch die Sorge zu scheitern oder vielleicht hast du auch die Sorge, du könntest dich lächerlich machen, wenn du hier vielleicht etwas veröffentlichen möchtest, ja. Und da ist es natürlich wichtig, sich dem auch zu stellen. Und da sagt das Universum, eine bestimmte Person kann dir hier eben helfen, eine gewisse Sicherheit zu erlangen, ja. Hier auch selbst sicherer zu werden, ja. Denn wenn das, also ich nehme an, es geht hier um diese Herzensangelegenheit, mein lieber Stier. Und da kann es natürlich sein, dass man das so lange hinaus zögert, dass es dann tatsächlich irgendwann zu spät ist. Betonung auf irgendwann, das sehe ich jetzt hier in dieser Legung nicht, mein lieber Stier. Ja, ich sehe hier einfach auch eine gewisse Hemmschwelle. Und also so von der Tendenz her bewegst du dich hier, in eine sehr, sehr günstige Richtung. Und hier ganz zentral haben wir einen Wendepunkt liegen, ja. Etwas soll sich hier verbessern. Das hängt natürlich wie immer mit deinem Tun zusammen. Das hängt hier mit dieser Entscheidung zusammen. Ist die Entscheidung gefällt und man geht in die Umsetzung, ja. Dann zeigt sich dieser Wendepunkt hier sehr, sehr rasch. Und hier geht es auch um eine dauerhafte Verbesserung deiner Situation. Und das hängt hier, also das hängt hier definitiv zusammen. Das kann man hier auch sehr gut zusammenfassen, ja. Also ein Wendepunkt zum Positiven, der ist schon sehr, sehr greifbar, mein lieber Stier. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank.